Hallo Jungs, ist euch langweilig? Ja. Habt ihr Lust Fußball zu spielen? Na klar, aber ohne ein Tor kann man doch nicht Fußball spielen. Keine Sorge, ich kann aus Knete ein Tor für euch machen. Auf den Karton kommt grüne Knete und da stellen wir das Tor drauf. Also, wenn ich hier keine Balance machen will, auf der Gebrauch abonnt. The rest auf dem preacher macht der Schlaupt und die Schlaupt. Die Schlaupt auf dem Knot und auf dem Gläubchen. Jetzt kommt die Schlaupt. Aus Zahnstochern und schwarzer Knete mache ich die Pfosten und die Latte des Tors. Die Pfosten und die Latten sind fertig. Jetzt bauen wir das Tor auf. Jetzt brauchen wir für die Seiten, für oben und für hinten ein Netz. Das mache ich natürlich aus weißer Knete. Ich mache das Netz aus dünnen, weißen Streifen. Und dann machen wir das Tor auf. Das Tor ist fertig. Jetzt könnt ihr Fußball spielen. Ich gehe zuerst ins Tor. Pass gut auf. Tor! 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 Tor!